Oh, ich wollte eigentlich noch draußen ein bisschen mit Watson reden, aber gut. Äh, warte mal hier, erstmal Watson. Sie verstehen doch, dass wir viel verschwiegener sein müssen als gewöhnlich, Watson. Sie haben sich doch immer sehr zurückgehalten, wenn es um Ihre Untersuchungen ging. Stimmt schon, aber sonst habe ich Lestrade doch immer mitgeteilt, was er über meine Nachforschungen wissen musste. Im Moment bin ich aber nicht sicher, wie viel das ist. Es ist ja offensichtlich, dass Mycroft keine offiziellen Stellen an dieser Untersuchung beteiligt sehen wollte. Dann halten Sie bloß Ihre Emotionen im Zaum und ich werde meine Zunge zwischen den Zähnen festklemmen. Gibt es sonst noch etwas, das uns hier auffallen könnte, Watson? Glaube ich nicht, Holmes. Aber Sie holen ja oft noch wertvolle Nuggets aus Goldadern, die ich schon lange für leer geschürft halte. Na gut. Wo ist Eier? Ich brauche Einzelheiten über diese Leiche, die Sie aus der Thämse gefischt haben, Lestrade. Mittleres Alter, schmal bis durchschnittlich, Schuss in den Kopf, riesiges Loch, war tot, bevor er ins Wasser platschte. Wurde das Verbrechen beobachtet? Nein. Vielleicht hat ein Flussschiffer die Schüsse gehört, er fand die Leiche bei der Nadel, er bekommt eine halbe Krone Belohnung für die Leiche und will ansonsten nichts wissen. Glauben Sie ihm? Diese Flusskerle sind ein verschlossener Haufen. Er würde alles sagen, was Geld abwirft und nichts, was keinen Profit bringt. Aber ich glaube nicht, dass er den Mord begangen hat. Wo kann ich diesen Ehrenmann finden? Die Leiche ist im Bas. Kein schöner Anblick. Das ganze Gesicht ist weg. Nicht mal die Augenfarbe kann man mehr bestimmen. Der Rest ist noch ganz in Ordnung. Hat nicht lange im Wasser gelegen. Ich meinte eigentlich den Flussschiffer. Ah, der heißt Needham. Der Constable am Tatort hat alle Details aufgenommen. Er ist noch an der Nadel. Sie erinnern sich an Constable Roach? Ich versuche ihn seit Jahren zu vergessen. Treiben Sie immer noch steuerlos auf einem Meer von Papierkram, Lestrade? Ich ertrinke, Mr. Holmes. Gehe gerade zum dritten Mal unter. Irgendwelche weiteren Informationen über die Leiche vom Embankment? Nichts, was Sie nicht schon wissen. Sieht nach einem zufälligen Raubüberfall und Mord aus. Vielen Dank, dass Sie sich das Ganze mal angesehen haben. Okay, sonst hat er uns nichts mehr zu sagen. Braucht der Inspektor Ihrer Meinung nach noch weitere Informationen? Ich glaube, er hat erst einmal genug zum Nachdenken. Ja, dann würde ich mal sagen, auf zum St. Barts, ne? Weil, äh, da ist ja die, das Leichenschauhaus. Äh, hier. Hoffentlich hält uns jetzt die Oberschwester nicht wieder auf. Komm, lass uns einfach durch. Okay, sie sagt nix. Oh, sehr schön. Ähm, ja. McCabe. Was kannst du uns sagen? Doktor, hat Ihre Untersuchung etwas Interessantes ergeben? Seine Lunge ist in einem jämmerlichen Zustand, tabakschätze ich. Und der Alkohol hat begonnen, an seiner Leber und seinen Nieren zu knabbern. Seine allgemeine Verfassung würde ich als heruntergekommen charakterisieren. Oh, könnte das der, dieser Inder-Typ sein, wo wir eben in der Wohnung waren, mit der Witwe? Hm. Ich möchte Sir Hubert's Leiche nochmal untersuchen. Er ist in Nummer zwei, Mr. Holmes. Zum Frischhalten. Nee, ich will eigentlich ihn hier. Ist das jetzt die Leiche? Eine extrem dünne männliche Leiche von durchschnittlicher Größe liegt ausgestreckt auf dem Orthopsie-Tisch. Seine Beine sind unter einer groben, grauen Wolldecke verborgen. Wie sie üblicherweise vom Leichenbeschauer und von der Polizei verwendet wird. Die Vorderseite seines Kopfes kann man nicht mehr als Gesicht erkennen. Oh Mist. Das heißt, er hat den Schuss in den Hinterkopf gekriegt, ja? Ja, das ist schlecht. Das heißt, wir wissen nicht, mit wem wir es hier zu tun haben. Hm. 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 Irgendetwas Wichtiges, Watson? Lestrade muss ziemlich verzweifelt gewesen sein. Aber selbst Sie können das Unidentifizierbare nicht identifizieren. Meine Eitelkeit sagt mir, dass er mich als oberste Instanz in Sachen Entdeckung ansieht. Aber wahrscheinlich bin ich nur sein letzter Strohhalm. Ich weiß auch gar nicht, 1888 gab's da schon Fingerabdrücke? Da bin ich mir nicht sicher. Beobachtungen, Doktor? Ein unterernährter, ziemlich gut gebauter Weißer. Alter zwischen 30 und 40. Keine offensichtlichen physischen Abnormitäten. Die Haut an den Händen zeigt keinerlei Anzeichen für körperliche Arbeit in letzter Zeit. Eine Beschreibung, die auf etwa 200.000 Männer in London zutrifft. Was würden Sie hinzufügen? Er war Rechtshänder, Hobbymaler, Ölfarbe glaube ich, litt unter Schuppen und war ein starker Raucher. Gut, ich sehe die Tinte an seinem Zeigefinger und Farbpartikel unter seinen Fingernägeln. Die Schuppen sind offensichtlich, aber ich sehe keine Nikotinflecken an den Fingern. Ich auch nicht. Beachten Sie die Verfärbung an dem, was von seiner Oberlippe noch übrig ist. Das ist keine Pulverspur. Ich vermute, er benutzt eine Zigarettenspitze oder er raucht Pfeife. Das könnte wirklich der Typ sein, ne? Weil der hat ja auch gemalt. Oha. Hm... Okay, das war's mit ihm. Äh, warte mal. Wenn mal... Kann man mit ihm nochmal reden? Nein, aber wir können ihm doch bestimmt... Ups. Äh... Ja, das Telegramm zeigen. Ne? Manchmal will er nicht. Okay. Lestrade's Nachricht deutet ein Identifikationsproblem an. Ist es wirklich so schlimm? Allerdings. Extrem schwieriger Fall aus seiner Sicht. Ja, aber warum? Wir dürfen uns nicht nur so heimlich treffen, Dr. McCabe. Ich bevorzuge eine kleine Plauderei in meiner Stammkneipe mit einem Pint und einer Runde Darts, aber ich bezweifle, dass das auch Ihr Stil ist. Sie wären überrascht. Inspektor Lestrade hat mich gebeten, bei der Identifikation der Leiche zu helfen, die Sie aus der Themse gezahlt haben. Liegt er auf dem Tisch? Ich wünschte, Lestrade würde mir bei so etwas Bescheid geben über seine Absichten. Sie kennen meine Praxis in solchen Fällen. Ja, nee, Dart muss nicht sein nach dem letzten Teil. Da war ausführliches Dart-Spielen. Was können Sie mir über die Todesursache sagen? Formell war die Todesursache eine schwere Gehirnblutung. Der direktere Anlass aber waren großkalibrige Geschosse, die aus nächster Nähe abgefeuert wurden. Ertrinken oder Selbstmord scheiden demzufolge aus. Ich habe mich etwas mit Ballistik beschäftigt. Haben Sie die Geschosse noch? Nur nutzlose Fragmente, und die habe ich schon weggeworfen. Die großen Stücke müssen den Körper alle durch die riesige Austrittsöffnung verlassen haben. Also eher eine Schrotflinte? Nee, das kann ja auch nicht sein. Hm, Dum-Dum-Geschoss? Aber das gab's damals noch gar nicht, oder? Eine Kugel hätte doch völlig ausgereicht. Was meinen Sie, Doktor? Der Mörder war ein bösartiger Psychopath. Wahrscheinlich, aber unvollständig, glaube ich. Wenn Sie meinen, ich kümmere mich um die Opfer, Sie sich um die Mörder. Ich bevorzuge ehrlich gesagt meinen Job. Dürfte ich die Leiche untersuchen? Ich kenne Ihre Methoden, Mr. Holmes. Beobachtung ist doch sonst Ihr Kernpunkt. Der Kernpunkt besagt aber auch, dass Beobachtung und Deduktion ohne Wissen nichts wert sind. Und im Moment habe ich sehr wenig davon. Ich hoffe aber, diesen Mangel bald zu beheben. Könnte ich die persönlichen Gegenstände des Opfers sehen? Sie wissen doch, wo ich Sie aufbewahre. Außerdem ist es nur die Kleidung. Er kam sogar ohne Schuhe hier an, und seine Taschen waren leer. Wirklich? Sehr merkwürdig. Höchst interessant. Mhm. Dr. McCabe, bitte informieren Sie mich, wenn Ihre Untersuchen weitere interessante Ergebnisse zutage fördern. Versprochen, Mr. Holmes. Aber umgekehrt bitte ebenso. Sie können sich darauf verlassen. Gut, dann untersuchen wir ihn mal. Aha. Eine lebensgroße rote Rosa in ihrem dornigen Stängel ist kunstvoll auf der linken Gesäßbacke des Opfers eintätowiert. Die brillanten Farben der Zeichnungen kontrastieren scharf mit der unnatürlichen Blässe der ansonsten unversehrten Kehrseite des Opfers. Okay, da haben wir das Rosentattoo. Aber ganz ehrlich, das ist doch hier die rechte Arschbacke und nicht die linke. Aber hier, das ist die rechte Arschbacke. Guckt doch mal, da. Hier, rechts. Warum sagt er da links? Merkwürdig. Okay, pass auf, weiter untersuchen. Nee, betrachte. Das Gesicht des Opfers ist völlig zerstört worden. Stattdessen klafft hier eine einzige offene Wunde. Nur ein Teil seiner glatt rasierten Mund- und Kinnpartie bleibt unversehrt. Die chirurgische Naht vom Brustbein bis zum Nabel zeigt, dass Dr. McCabe bereits eine Standarduntersuchung der inneren Organe vorgenommen hat. Hm. Rieche. Der Gestank der verschmutzten Temse und der Geruch von Chordid machen es unmöglich festzustellen, ob das Opfer ein bestimmtes Rasierwasser benutzte oder eine besondere Zigarrenmarke rauchte. Äh, das ist blöd. Wollen wir vielleicht nochmal mit ihm reden? Ah ja. Haben Sie schon mal so eine Tätowierung gesehen, Doktor? Noch nie. Nicht so der übliche Kram. Anker, Löwen, Drachen und so. Allerdings. Eine fein gezeichnete Tudor-Rose, das Symbol Englands. Außergewöhnlich in Design, Farben und Platzierung. Insgesamt sehr bemerkenswert. Er trägt die Rose der Jugend an sich, wie der Barde sagt. Ich mochte Antonius und Kleopatra schon immer besonders. Naja, aber er trägt sich auf der Arschbacke. Hat irgendjemand sich für dieses Opfer oder einen ihrer anderen Fälle interessiert? Keine Besucher in letzter Zeit, Mr. Holmes. Nicht viele scheinen ihr Interesse an diesem Thema zu teilen. Hm. Die unterschiedlichsten Kleidungsstücke hängen an Haken und Hölzern in Kleiderbügeln. Da ist ein Hut. Dieser weiche, flache Hut in Größe 8 ist aus feinstem grauen Filz hergestellt, von de Grots à la Maud in Johannesburg. Abgesehen von etwas Staub auf der Krempe sieht er aus wie neu. Ich unterschreibe für den Hut, Doktor. Ich möchte ihn gerne mitnehmen. Okay, können wir uns den jetzt nochmal genauer anschauen? Aber warte mal. Johannesburg ist doch Südafrika, ne? Und dieser Wächter an der Tür, der kam doch gerade erst aus Südafrika. Ob das irgendwie miteinander zusammenhängt? Was glauben Sie, warum der Mörder zwei Kugeln benutzte, Watson? Ein Unfall oder versehen. Vielleicht gibt es gar keinen vernünftigen Grund. Unsinn. Das war Absicht. Er wollte die Identifikation des Opfers erschweren. Aber der Mörder hat uns auch etwas über sich selbst verraten. Er wollte mit dem Mord strafen. Ich frage mich, wofür? Das ist grotesk, Holmes. Vielleicht war nur Unfähigkeit der Grund oder reine Panik. Sie vermuten immer gleich das Schlimmste. Und ich bedauere es nicht wenig, mein lieber Watson, dass die meisten meiner niedrigen bösen Verdächtigungen sich als berechtigt herausstellen. Ein höchst ungewöhnliches, wenn nicht einzigartiges Design. Anmerkungen, Watson? Da stimme ich Ihrem Urteil zu, Holmes. Ich kann mich nicht entsinnen, etwas derartiges in Ihrer Monografie über Tätowierungen und Schmucknarben gesehen zu haben. Ich habe ein paar Vermutungen, aber die können warten. Aber was halten Sie von dem Hut? Eine gewisse Extravaganz in Anbetracht seiner übrigen Kleidung. Vielleicht zeigt er seinen Ehrgeiz. Interessante Spekulation, Doktor, aber falsch. Der Hut gehört gar nicht dem Opfer. Ich glaube, der Hut gehört dem Mann, der ihn getötet hat. Ich hoffe, Sie werden diese verworrene Hypothese später mal erläutern. Und dann muss das der Türsteher bei Mycrofts Haus sein, ne? Aber warum hat er ihn getötet? Irgendwas ist da am Argen. Ah, bedecken wir ihn mal wieder. Hat er noch was zu sagen? Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir uns als nächstes auf zum Tatort, ne? Also zur Kleopatrasnadel. Ne? Also das ist auf jeden Fall von Interesse hier. Und was hat, wie gesagt, was hat der damit zu tun, dieser Türsteher da? Also ich muss halt direkt an den denken, weil der aus Südafrika kam. Und was hat das ein Untertanen? Bis zum nächsten Mal.